Beim Wandern wird der Rucksack aus der Innsbrucker Taschenerei schnell zum besten Begleiter. Seit drei Generationen entsteht in der Werkstatt von Helmut Schmader in Tirol hochwertiges Handwerk aus Leder. Der Rucksack ist aus wasserdichtem Segelleinen und wird nach traditionellen Mustern sorgfältig von Hand gefertigt. Dank stabiler Riemen aus Rindsleder und natürlichem Filz bietet er einen hohen Tragekomfort, ganz ohne Synthetik. Unser Rucksack aus Segelleinen, jetzt in zwei Größen erhältlich. Servusmarktplatz.com, mein Marktplatz für Gutes von daheim. Vielen Dank.